Oh mein Gott. Oh! Jego! Oh mein Gott, junger Holimansch! Was war's? Jego! Die Parasierten! Ich hätte schon Parasierten! Wie bist du Parasierten? Keine Ekel! Alter, die ist einfach neben mir runtergefallen! Oh shit! Mein Meister! Nice! Kassi, hier liegt ein Dracho! Willst du den haben? Oh mein Gott! Das kann's nicht sein! Das kann's nicht sein! Er denkt an euch, okay! Ja, hä? Markus ist doch da reingelaufen! Deswegen dachte ich, das wär alles gut! Die Phantom ist ab und zu echt mal herzig! Die Phantom ist einfach nur geil, Junge! Das ist keine Ahnung! Geil, Junge! Hast du hässlich, Junge? Hast du keine Ahnung? Guck mal, Spiel, Junge! Dann weißt du, was hässlich ist! Nee, natürlich nicht! Nieren 26! Ihr glaubt nicht, was für ne Waffe ich hab! Aber es ist ne Spektre! Kohle! Nein! Koronami! Das ist ne Pistole, oder? Ich wurde von hinten gemessert! Das ist nicht passiert! Das ist ein schlechter Scherz! Das ist nicht, was! Das ist nicht passiert!